Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video mit euch Besta! Hallo! Heute sind wir in Fortnite, aber nicht wegen 1 gegen 1, sondern wegen dem Fortnite Live-Event! Besta, wie lange ist es her, dass wir ein Live-Event-Video gemacht haben? Boah, ewig. Es gab ja auch keine vernünftigen Live-Events mehr. Ich hoffe, das ist jetzt vernünftig. Mal gucken. Ja Leute, hier wird irgendeine Kraft aus dem Monitor hier reingezogen. Besta, wie hieß der Ort eigentlich vor Restored Wheels? Das war doch vorher ein Autokino. Erinnerst du dich noch? Ja, ah, frage mich nur, wie das hieß. Aber erinnerst du dich noch an den Ort? Das war ein Autokino. Das hat auch eine Leinwand. Ja. Naja. Besta, wann geht es los? Eigentlich 23.20. Leute! Eigentlich soll es 23.30 sein, dann muss es verlegt auf 23.20. Ja Leute, wir sehen... Da liegen stets 12 Minuten! Ach, dann doch wieder um 23.30. Was soll das? Leute! Wir sehen uns beim Start vom Live-Event! Besta, du musst auch mal klatschen! Jo, klatsch! Leute, nach so langer Zeit gibt es einmal ein Live-Event! Leute, und guckt euch meinen fantastischen Skin hier an! Einen fantastischen Skin! Man kann ihn leider nicht von vorne sehen, egal! Leute, geht gleich los! Wir sehen uns, wenn es losgeht! So Leute! Wir setzen uns erstmal hier entspannen auf den Sessel! Und wir sehen uns ja nur noch 7 Minuten 30! Leute, guck mal! Ich habe es mich hier schon gemütlich gemacht! Ja. Wir sehen uns dann, wenn es losgeht! Yeah! Scheins! Leute, Leute, Leute! Leute, es beginnt! Okay, wir schauen mal, Leute! 3, 2 Sekunden! Da baut sich das auf! Oh! Oh! Eine Stadt? Neue Stadt? Was? Nein! Nicht dieser cooler Ort! M-Vollbild! Besta! Du kannst M drücken auf das Vollbild! Ja! Ja! Achso! Oh! Boah! Boah! Das sieht ja cool aus! Ja! Aber das ist ja irre! Ja! Ja! Warum sind wir jetzt in der realen Welt? Keine Ahnung! Das sieht echt aus wie Las Vegas oder was weiß ich oder so! któreig! Wo ist banal? Ja! 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 Na das egal! wieviel leute sind hier plötzlich ja guck dir mal den boden an und guck dir mal die ganze stadt an wie das aussieht plötzlich ja mega vor allem diese antike wo wir alle sitzen gerade hier und dann diese dann im hintergrund wenn ich da hinten steht nun also mond da unten ist ein krankenwagen und bisher ist da nur gesang das ist als erstes das event Ey, naja, ich hoffe nicht, dass das jetzt nur ein Gesang-Event ist von irgendwem, keine Ahnung, kenne ich nicht. Roter, mit pinken Klamotten. Darauf setze ich mich erstmal hin. Aber ich zweifle dran. Oder ist das die, wo es im... also ich kenne die ja alle nicht. Mich interessiert ja Musik oder sowas. Oder ist es diese, wo jetzt im Skin, im Shop halt immer dieses Musik-Skin gibt, hier von dieser, keine Ahnung, wie der heißt. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das alles ist. Und vielleicht gibt es am Ende dann noch so ein cooles Ding, da ist irgendwie... dieses Ding geht kaputt und dann fertig. Das wäre dann cool. Also, ganz ehrlich Leute, also ich bin... Musik... ne, ist überhaupt nie mein Ding. Also, ich höre mal was im Radioläufer, ich im Auto fahre, ja. Aber ansonsten liegt da nicht Musik eigentlich. Hm... Leute, ich gebe euch bekannt... oder nee, warte. Leute, ich gebe euch bekannt, falls irgendwas weiteres noch passieren wird hier. Leute, ist vorbei! Oh, ich hoffe, das Gesang-Ding ist zusammengebrochen. Oh, was passiert, was passiert, was passiert? Leute, heute kam übrigens die erste Folge von meinem neuen Story-Projekt. Das zweite Story-Projekt, das ich nehmen kann. Ein neuer Sänger! Kommt jetzt der nächste Sänger! Das ist jetzt ein Rapper! Da haben wir jetzt schon einen Rapper oder so. Ja, aber frag mich nicht, ey, wer es ist. Ihr kennt ja vielleicht, ich nicht. Äh... Wie gesagt, Musik interessiert mich eigentlich null. Bechter, du redest irgendwie heute mal in meinem Video länger... eher so mehr als ich. Ja, weil ich völlig genervt bin, dass ich mich so auf dem Video auf dem Snoop-Dog... Ah, man von einem Mumie im Hintergrund sagt, es ist Snoop-Dog. Da hat einer mehr Ahnung als ich. Hier. Snoop-Dog, ja. Bechter, aber gib mal aus dem Modus raus. Guck mal, wie cool das aber ohne diesen Vollbild ist. Guck mal, wie das sonst aussieht. Ja, sieht auch cool aus, ja. Da hätte man nicht diesen Gesang machen müssen. Da hätte man irgendwas cooles machen müssen, weil... Eigentlich ist das ja schon cool. Mir hätte es ja gefallen, wäre da irgendwie Marshmallow oder so. Irgendein mega cooler. Irgendwie Marshmallow hätte ich mir vorstellen können, wäre cool. Aber nö. Ja. Vor... Stell dir vor... Da... Ich dachte... Leute... Ich dachte jetzt echt... Ich dachte, stell dir vor, da gehen 10.000 hin, um nur diesen Typ dann in diesen komischen Kasten singen zu sehen. Ja. Darf so... Ich denke mal vor, nein. Oh. Tolles Live-Event. Schön. Da können wir ja was erleben. Nee. Ey. Gesang, Gesang... Also ehrlich. Die haben doch sonst so ne Musiksachen als extra ähm... Modus manchmal. Wo du XP kriegst und dies und das. Völlig in Ordnung. Mach ich dann auch mit. Ja. Aber... Warte. Leute. Leute, wir sehen uns, wenn irgendwas anderes passiert. Leute, guck mal was passiert ist. Jetzt... Der singt zwar da, aber im Hintergrund sind da so Fortnite Sachen. Im Hintergrund sind manchmal so Fortnite Sachen. Leute, guck da ist die Katze von Fortnite gewesen. Der... Manche Sachen von Fortnite. Da ist zum Beispiel das Lama zu sehen. Und da sieht man auch andere coole Sachen. Und so sieht's von hier. Becher, geh mal aus dem Ding raus. Wie das da aussieht. Okay. Ja, ist nett so. Aber... Guck mal, wenn man da hinguckt, Leute. An manchen Stellen sieht man da auch Fortnite Dinger. Ja. Wieser Fels. Dieser extra Modus wäre, den sie öfters mal machen. Äh... Überhaupt gar kein Ding. Das liebe ich. Das mach ich mit. Aber nicht als Haupt-Event zum Ende einer Season. Also ehrlich. Leute. Vor allem. Was hat das zu tun? Sonst ist immer irgendein cooles Event. Der Erdkern wird angegriffen. Dadurch dreht sich die Map. Und dann sind wir plötzlich woanders. Oder die Raumschiffe kommen und machen alles kaputt. Und dann passiert irgendwas. Der Erdkern macht irgendwie Energie und macht eine neue Welt. Oder irgendwas. Ist hier irgendwie so. Der winkt und dann geht die ganze Erde ins Stücke. Ja. Ein Sänger kommt. Der nächste Sänger kommt. Die sind so schlecht, dass die ganze Erde explodiert. Wer hört sich das da um ein Uhr zwei Stunden lang an? So. Das einzige... So. Was ist jetzt? Wächter. Der einzige Grund, warum ich da hingehen würde, ist einfach nur, weil im Hintergrund Fortnite Dinger sind. Ja. Also Leute. Ich weiß schon den Videotitel. Das enttäuschendste Live Event. Aber wenn nichts weiteres passiert. Wenn nichts weiteres außer dieses Ding kommt. Dann gebe ich auf. Oh. Oh. Was passiert? Was passiert? Wächter. Geh mal raus. Guck. Da verbindet grad nichts. F-MF-Schoss. Aber man kann gar nicht mehr. Oh. Okay. Okay. Jetzt passiert was. Und. Oh. Das ist wohl auch gerade außerdem noch live auf TikTok zu sehen. Hab ich gerade... Oh. Bescheid bekommen. Das gibt's auch gerade live auf TikTok zu sehen. So. Gut. Fortnite Account bei TikTok. Da ist das alles live zu sehen gerade. Falls jemand sich gefällt. Bechtar. Keine Werbung machen. Ach. Entschuldigung. Ich hab's nur gerade zu fest. Applaus. Applaus. Jetzt sind da. Guck mal Bechtar. Im Himmel sind jetzt Effekte. Und jetzt singt der weiter. Kaboom. Ah. Ist der Battle Bus. Ja. Wo ist der Battle Bus? Na. Wenn du in den Himmel guckst. Wenn du rausguckst. Wenn du rausguckst. Wieder oben steht Kaboom. Dann ist da so ein Battle Bus. Also gemalt. Ö. Bechtar. Da ist da so ein Battle Bus. Spring mal. Spring mal. Die Schwerkraft geht kaputt. Ah. Oh. Die Musik finde ich gut. Die Musik finde ich gut. Die Musik ist wirklich so berühmt. Warte. Ist das der Ersteller von diesem Lied? Okay Leute. Wir sehen uns dann wieder. Wenn es weiter geht. Also. Ich habe mich gerade gefreut. Wo was passiert. Ich dachte. Es passiert was. Und dann. Ich wollte es mir nochmal überlegen. Ob ich es wirklich anders nenne. Als das enttäuschendste Live Event. In Fortnite. Aber. Ich glaube. Ich werde bei diesem Namen bleiben. Ja. Hier geht nichts kaputt. Hier ist einfach nur in der Luft. Irgendwas komisches. Oh. Ich habe ja vielleicht das nächste Season dann ein OG. Aber mit. Da ist Midas. Hat. Da hat eine Waffe. Eine Gitarre. Womit er Kugeln schießt. Ich habe ja schon so ein Bild gesehen. Wie das. In so einem komischen. Warte mal. Jetzt springe ich nicht mehr. Jetzt macht das. Beide stellen sich nochmal vor. Und. Jetzt gehen sie weg. Sie hauen ab. Oh. Wie sieht das jetzt aus? Weitere. Ich bin jetzt gerade in der City. Und jetzt. Und jetzt. Ich hoffe irgendwas passiert noch. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Mr. Singer 3 oder so. Oh. Bloß nicht ey. Ah. Es geht zu. Ja Leute. Ja. Keine Musik mehr. Bechter guck jetzt. Bechter jetzt musst du raus gehen mal. Oh ne. Was passiert. Ok. Der Schmetterling macht was. Ja. Wir sehen. Oh. Oh. Jetzt war das Event und der Schmetterling. Teleportiert uns jetzt einfach in den neuen Season. Und das war's wahrscheinlich. Ja. Dann muss ich mir ja totlachen. Dann wär. Jetzt kommt. Ah. Der Sänger. Der Sänger von eben macht was. Was auch jetzt kommt. Und jetzt war's das wahrscheinlich. Und jetzt. Und jetzt war's das wahrscheinlich. Und jetzt war's das wahrscheinlich. Und es geht einfach in den neuen Season. Ja. Mal gucken. Zumindest kommt. Da kommt noch was. Ja. Da kommt wieder komische Midas. Also. Der Midas. Haben wir jetzt Kapsen Midas. Oh ne. Wahrscheinlich kommen die jetzt richtig als Skins. Diese Sänger. Das sind die beiden die gesungen haben. Äh. Okay. Stopp. 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 Äh. Stopp. 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 Ich werd oben wieder auf dieser Party, ähm... Was ist das für ne Minigun? Ach, hier, hier, mit dem Kraftwerk hier. Wie hieß das noch? Das Kraftwerk! Fortnite Remix Chapter 2! Beste Map ever! Also wir haben ja erst 2, 2, 2... Bächter! Bächter! Diese beste Map ever wird jetzt zu so nem komischen Remix-Ding gemacht. Ja, ja, drum. Wir haben alle die Wiegeskrone bekommen! Ah, nee! Äh, ja, ich freu mich auf morgen, muss ich echt sagen. Ja, Bächter, dann spielen wir... Bächter, dann machen wir jetzt im Video doch noch schnell ne kleine Runde Fortnite Battle Royale. Dann machen wir jetzt noch ne Video-Runde. Wo bist du? Äh... Ich bin hier, ich bin hier. Guck mal, der Unter... Also... Was ist bei WeStorten? Bächter, siehst du mich überhaupt? Richard Rils, ich seh dich nicht, weil du bist... Also du bist ja oben links... Oh, warte, vielleicht sind wir Feinde! Was ist mit meiner Sicht los? Warum bin ich so weiter drüber und warum... Warum bin ich so langsam? Und warum... Und warum kriegen hier alle tausend Thronen grade? Hm... Das... Ja, weiß ich auch nicht. Und irgendwas neben dem Skin ist so ein komischer... Was ich auch nicht weiß, was ich das... Was das für ein Button ist. Das ist ne Kiste! Du kannst auch markieren! Bächter, geh mal zu WeStort... Geh mal zu WeStort WeStort, da wo ich markiert hab! Also erstmal... Ja, okay, ich geh dann... Ich weiß schon nicht, wo du bist... Ich hab noch keine Waffe, aber... Wichtig, aber wenn wir uns sehen und wir nicht zusammenarbeiten können, müssen wir uns erschießen, weil nicht, dass wir noch gekickt werden! Alle oben links, oben links werden wir als Team angezeigt! Wir sind ja ein Team! Wir sind ja ein Team! Wir sind ja als Team reingegangen und du siehst ja auch, wir sind hier Team! Hm... Also warum mach das hier eigentlich... Ich brauche ja gar nicht... Und warum kann ich nicht schwimmen? Hm... Leute, also ich bin ernsthaft verwundert! Das war ja mal oberschlecht! Und Bächter... Guck dir mal in den Himmel rein! Warte, Bächter... Warte, was... Ich bin jetzt... ...so mehr ich in... Warte, das sind jetzt die ganzen Leute, kann ich die jetzt erschießen? Hä? Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch nicht eine Waffe gefunden! Ich hab auch nicht eine... Ich hab auch... Ich wurde runtergedroppt! Hat automatisch... ...drei... Äh... Hat automatisch... ...fünf Waffen... Ich hab gar nichts! Null Sachen! Also hier ist einer... Oh Bächter! Warte, wir dürfen uns ersch... ...end wieder warten! Ich bin gleich tot, aber ich hab keine Waffe! Wächter, wenn du in der Mitte bist, kannst du da theoretisch einfach chillen. In der Mitte kannst du einfach chillen. Ja, ich bin hier. Ich seh dich, aber ich komm noch nicht so schnell hin. Ich bin hier unten runter und da ist auch, ja komm da ein bisschen hoch. Ich seh dich. Ich seh dich dort. Ah, na, 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 na. Und der andere Typ, der kraucht hier neben mir, den hab ich schon dauernd gemacht. Ich hab keine Masse, gar nichts. Ich bin hier mit meiner Spitzhack. Wächter, warte, ich hab was für dich. Ja, schnell, irgendwas. Irgendwas. Ja, danke. Wächter, also du kannst auch in die Mitte gehen, da bist du safe. Erst hier kann man kämpfen. Ich kann keinen schießen. Danke. Ab ihn. Ja. Aber gleich ganz tot am besten. Kann ich nicht, wenn die Blöde da hinten hinrennt. Da wird sogar einer Reboot. Was ist das? Wächter, bleib hier hinten. Hier kann dir keiner was tun, sobald man hier hinten ist. Hier dürfen wir kämpfen, wie wir Lust haben. Und hier kann aber nichts passieren. Keine Ahnung, was hier gerade ist. Wächter, komm. Wir knallen ein paar Leute ab. Ja, ich hab grad 30, 30 Leben. Ja, ich hab keinen Mad-Kid. Geh da oben mit einer, warte. Ja, ich bin doch immer wieder tot. Da oben von, da oben, da oben auf dem Dach, da in meine Richtung. Ich kann nichts tun. Wächter, renn doch hier hin. Renn hier hin. Ja, komm. Ich wollte dir lediglich sagen, in welche Richtung du bist. Ich kann aber auch nichts tun hier. Ich hab aber auch keine Reboot-Karte. Warum hattest du eigentlich Waffen gehabt beim Landen und nicht gar nichts? Weiß ich nicht. Alle haben irgendwie Siegeskronen da irgendwie. Also irgendwas ist, äh, keine Ahnung. Ich hab auch keine. Und angeblich beobachte ich irgendwie, was mache ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Und warum auch? Und? Was hat der für ein Aim-Bot? Der trifft jeden Schuss. Ja, okay. Mit reviven wird das nichts. Ja, ich hab einen genockt. Ja, nein! Bechter, da... Das... Bechter! Okay, Leute, das ist mir die... Leute, das ist was mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist einfach... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao! Ciao!